ja bei den Rest vor der ja hier zurückgebliebenen bei den Toten genau und da um wie es aussieht spiel ich so eh oder ja ich auch eben gedacht das ein Zufall genau ich habe einfach auf zufälliger Charakter gedrückt du zählst mit einer Waffe auf mich wir spielen... was spielen wir eigentlich? die 12 auf der Liste so viel weiß ich... es ist... keine Ahnung ja ich weiß es auch nicht mehr das Militär soll im Norden ein Schutzgebiet haben wir müssen nur den Gleisen folgen also gut, legen wir los ich spiel die Nougat Schnitte Verbandzeug mit E mit E mit E mit E nimmst du Schrot oder nimmst du Dingens? ich nehm die OZI Dingens nimmst die OZI nimmst die OZI Ehrenfeuer ja was ist das? so ich nehm auch mal die OZI äh ne Machete nehm auch nicht ach guck mal hier haben wir übernachtet ist ja schön mitnehmen ne geht nicht einmal Füße verbrennen heiß 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 also ich hab dieses Spiel noch nicht oft gespielt am rechtsklick geschlägt man im rechtsklick geschlägst du waaah hinter dir achso du bist das verbrengst du hast das zieht OMA AND SOMBI Noah ist der RY hey wiiiuiuiui ich hab einen Spaß ich hab einen Spaß waaah einfach drauf halten leck 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 ich bin die Tossette waaah ja du bist die Tossette lade da lade da lade da ähm was ich erzählen kann eben ich hab das Spiel zweimal im normalen großen Modus gestartet lade nach und ok ja ist gut da kommt ein Laser und äh das komische war es hat immer so ein Assi Grafik Bugs gehabt ich weiß nicht dass ich hab's noch nie gehabt die waren so schlimm und jetzt hab ich's mal im Fenstermodus gestartet und jetzt läuft es einsam frei also komm mal mal Mund auf wir machen Benzin auf X komm hey wo willst du Benzin auf X äh ne wo ich hätt da jetzt mal nicht drauf geschaut oh ein Dombie ein Dombie was ganz Neues oh oh ich mag ich lieber wow 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 was geht da draußen ab ich ich sperr mich aufm Klo ein ich habe aus ich werde aufm Klo ein es hat sie ta 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 so jetzt sch reakt haben wir nicht nur jetzt du hast mich eingeschlossen nas Mann, ich hab dem doch gesagt, der soll nicht so viel rauchen. Reiter hat Smoker getötet. Du hast Smoker getötet. Nein. Kann ich eigentlich das Licht ausschießen? Es fällt Glas runter, aber es geht kein Licht aus. Null. In der Tür ist ein Loch. Oh Mann. Ein kleines Loch. Rauch zu rülpsen. Ja. Ich find's voll toll, du kannst Türen kaputt machen. Warte, ich schieße mal ganz kaputt. Ich bin hier durch. Du stehst da drin. Oh Mann, jetzt machst du die Tür auf. Achso, wir sollten vielleicht mal weiter, ne? Hab ich mir auch gedacht. Hast du? Na, kam mir her und geht's weiter. Oh, ich höre... Was höre ich denn? Ich höre auch nicht. Ich kenne die, äh... Ich würde mal sagen, wir geht weiter. Ah, Boomer war's. Oh, was gibt's hier? Was ist denn Boomer getötet? Adrenalin, Adrenalin. Oh, hey. Völlige Verwirrung vor Lasern, ey. Oh, Boomer. Ne, Kopser. Ist ein Kopser. Spitter. Spitter. Hey, das weißt du sogar. Lass mich raten. Bronk, let's play. Oh. Keine Lautstärke, ist zu laut. Warte, bitte? Ja, meiner auch. Ah. Ich werde gerade ganz schliegen machen. Was tust du? Ich drehe mich gerade... Warte. Ich muss mal kurz meine... ...Leiststärke... ...etwas runter machen. Etwas. Ein klein bisschen. Ja, sagst du? Ja. Ja, würde ich auch mal sagen. Sprachloser, ja, okay. Habt du das jetzt etwas runter gemacht? So gehen wir mal da lang. Das ist ja immer noch so laut. Kommt mir nicht rennen. Somit er pues. Ja, du bist. Könnte nützlich sein. Könnte. Muss aber ein Schmerzmittel mitgenommen. Was? Wohrenst du lang? War das schon die nächste? Wenn du umfälligst. Ihr könntet mir mal helfen. Na, ist super. Der Tag kann ja nicht besser werden. Ich werde angekotzt. Ich werde langgezogen. Ich seh nix, ich seh nix, ich seh nix Also diese Waffe ist perfekt für mich Welche denn? Diese kleine Uzi Warte, kann ich dich heilen? Ja, du kannst mich heilen, aber Ah, was? Lass mich dich heilen Warte, ich versorg dich Ich kann dich auch heilen Aber ich heil dich gerade Aber ich kann mich auch heilen, aber danke Danke, du hast was gut Dann heil ich dich das nächste Mal Da sind wir sicher! Ich renne halt immer rein Ja, ich bin hier oben Was? Schaffe ich den? Weitsprung? Und... Ach Mann Schade, ich wollte dich auch halten Da sind wir sicher Safe Room! Es ist dein Safe Room! Links müsste eine Wortmaube sein Was? Wir müssen da rein! Oh ja, hier liegen Pille Komm mal hier rein Nachladen, komm rein Tür zu! Ja, wir haben es geschafft! Nein, ich wollte Munition! Ich glaube, ich kriege ihn So, äh, haben wir es schon mal geschafft! Ähm... Oh... Oh, wir sind schon ziemlich scheiße! Ich hab Null! Einen! Ja, einen! Einen Ganzen! Und ich weiß nicht, was war das! Mit dem Granatwerfer können sie mehrere Gegner mit nur einem Schuss töten! Ich hab einmal in diesem verdammten Spiel einen Granatwerfer gefunden, wenn ihn sofort wieder abgelegt, weil die Scheißmonie leer war! Weißt du was? Komm her, Mädels! Geh mal durch! Das hier hilft! Hey! Oh, ich greif' den Arsch! Danke! Ähm... Klar! Ah, danke! Klar! Hey, Verbandszeug! Nimm ich mit? Ist toll, ne? Ja... 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 Ich überlege, ob ich das Laser... Das Teil mit dem Laser... Was kann ich noch mal heilen jetzt machen? Ist das meine Waffe? Ist die selbe, die ich hab, ne? Ja... Ich nehm die doch mal... Nochmal mit! Oder soll ich die Schrot mitnehmen? Die Schrot finde ich jetzt... Uh, hei! Die Schrot finde ich jetzt nicht so prickelnd! Brauch ich das? Nö... Du hast, äh, auf der 2... Hast du eine Pistole normalerweise? Die hat unendlich Schuss und eine Nahkampfwaffe! Wo ist meine Pistole hin? Legt hier unten! Und? Ja, ist besser! Soll ich die Pfanne nehmen und die eine rüberbraten? Nein! Warte, komm, ich nehm die mit und braten, Ei! Haaa! Wir gehen, äh... Du rechts, ich links! Die Treppe runter! Waffen! Die Treppe runter, sagen sie! Hey, komm, Will! Es war all die Rechnung! Joa, würde ich mal sagen... Danke viel! Schüsse machen mehr Licht als die Taschenlampe! Finde ich toll! Haben wir ne Taschenlampe? Ja, mit F! Mit F? Solche Kotzbomben nehmen? Nehmen wir euch nicht! Ich komm mal zu dir! Oder geht sie mal rücken oder? Warte mal! Schüu! Lalalalalalalalalalalalalalalala! Uh, hi! Du rennst einfach weit und ich! Ja, deswegen verliere ich auch so wenig... so viel Leben! Oh, äh, kann mal jemand? Danke! Fett ja! Fett ja! Fett ja! Oh! Ich schieße erstmal auf Francis! Ich mag den nicht! Guck mal, ist ein Fett da! Sturmgewehr nehmen! Ich hab ein Sturmgewehr! Wo? Wo ist das Sturmgewehr? Eh! Fett! Yes! In your face! Ich hab das Snipergewehr! Ich hab die Sniperknarre! Finde ich geil! Ich liebe die! Aber ich hab ein Sturmgewehr! Sturmgewehr ist perfekt! Ja! Kettensäge? Yes! Kettensäge! Ich liebe die Kettensäge! Gib mir die Kettensäge! Nee! Wo ist die Kettensäge? Da ist die Kettensäge! Nimm 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 nimm! Nimm nimm nimm! Nimm nimm! Nimm nimm! Nimm nimm! Nimm nimm! Ne, ne, so nicht! Ist nice! Da unten war so ein Fetter! Guck mal! Nimm 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 nimm! Nimm 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 nimm! Nimm 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 nimm! Nimm 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 nimm! Oh! Hi Digge! Das ist der Tank! So! Ich sollte gehen! Oh! Ich bin down! Sack! Schieß mal auf den Tank! Tue ich doch! Tank down! Du blutest ganz schön! Aber alle wichtigen Teile sind noch da! Danke! Ich bin down! Ich veranze dich! Oh! Bill heil! Mann! Warst Bill unterbrochen beim Heil! Was ist das? Adrenalin aufnehmen? Puh! Danke! Äh! Ich will hier eigentlich gar nicht runter! Hier geht's runter! Warte! So! Was sagst du? Yeah! Ich verfolge dich einfach mal! Weil ich keine Ahnung von mir! Oh mein Gott! Das verfolgt mich! Das ist ja jetzt so Story Modus! Das ist jetzt glaube ich Story Modus oder so! Ja genau! Ich hab einfach ein Minecraft-Setsplay von Konk! Haha! Left 4 Dead gesehen! Ach ja genau! Minecraft Left 4 Dead! Das ist auch ganz cool! Das ist etwas dunkle! Glaube ich! Muss einfach nur einen Schuss abgeben! Dann wird's heller! Ah! Siehste! Was sag ich dir? Äh! Ja! Bei Left 4 Dead wäre manchmal so eine Richtungsanzeige! Guck mal! Ja! Ganz cool! Ey! Was ich dir noch erzählen wollte? Scheiße! Du hast doch die Geburtstagsfolge von Konk gesehen, oder? Na klar! Hast du auch die Nachgeburtstagsfolge gesehen? Nee! Die hab ich leider noch nicht geguckt! Die ist so geil! Die muss dir angucken! Bei der Geburtstagsfolge! Ach du! Spoiler! Ähm! Will er ja... Geschwächter! Wuhuhuhu! It's raining Zombies! Ähm! Wie gesagt! Bei der Kurzzeitfolge! Wow! Will er... Ähm! NPC spawnen, ne? Ja! Aber das funktioniert nicht! Das hab ich mitgeklickt ja! Und es funktioniert nicht! In der... Nach dem Kurzzeitfolge! Am nächsten Mal! So verbrochen! Ähm! Hinter dein Haus! Und überall... Es ist effektiv! Nein! Und dann fängt er an zu singen! Ähm! Und schnetzelt die alle ab! Das ist so geil! Das müsst ihr angucken! Du magst ja diese... Ja ja! Klar! Ich find die epic! Das ist so geil! Und da unten ist Feuer noch! Also hat er sich so als Effekt da dran gemacht! Nein! Das musst du dir angucken! Das ist richtig geil! Okay! Boomer Kotze mitnehmen! Boomer Kotze mitnehmen! Boomer Kotze aber! Schön, dass du es versucht hast! Äh! Miau! Ich hab Kotze dabei! Äh! Ich auch mit meinem Rachen! Ich hör eine Witch! Licht aus! Licht aus! Drück F! Du solltest F drücken! Gottverdammte! Danke! Also sonst bist du in... Ist das die Witch? So! Ich mach mal einen auf Sniper! Ist die wahr? Opa! Sniper Style! Ich vermiss meinen Laser! Vermisst du? Ja! Wow! Da unten ist einer unter uns! Echt? Sag bloß! Die sind überall glaube ich! Wow! Oh! Ich hab den zwei eingeschießt! Nein nicht hier! Danke! Weiß ich zu schätzen, dass du mir ins Bein schießt! Ich schieße auch immer wieder gerne! Mäh! Warte! Warum tut man so was? Ich schieße dir mal ins Bein! Jagdgewehr mit kompletter Ladung! Ja! Lade nach! Nee, lass mal! Fangen wir da! So! Äh! Boom! Boom! Bin ich eigentlich immer noch die Frau? Du bist immer noch die Frau! Du wirst dich auch nicht... Du wirst dich auch nie verändern! Bro! Oh! Torsicht! Mann! Lade nach! Die wollte ich eben wegsnipern, aber dann bist du... äh... leider da... Genau! Kann man das Tor öffnen? F... Ich glaub wir müssen hier... Hier oben drauf... Oh! Man kann das Tor öffnen! Ist klar! Ja! Ich komm nicht weiter! Ich komm nicht weiter! Komisch! Ah ja! Jetzt! Ja! Ist klar! Komm man! Ich hab dich doch getötet! Nein! Meine Munition ist weg! Ich muss fürs Jagdgewehr holen! Wo war das nochmal? Äh... da hinten irgendwo... Wie du hast das Tor geöffnet? Hier gibt's Waffen! Zappe nicht rum! Ich will dir helfen! Nein! Ich will aber nicht geheilt werden! Oh nein! Oh pedo! Ah! Ja das ist Sniper! Ach nein! Ich hab auch nen Sniper Knarre! Och nein! Du hast sie oder? Ich... eigentlich mag ich Sniper! Weil nicht bei so nem Spiel wo du die ganze Zeit schnetzelst! Naja! Ist eigentlich ganz praktisch! Ist eigentlich ganz praktisch! Ist eigentlich ganz praktisch! Weil du machst... Du machst One-Shot äh Dingens! Da hab ich mit der anderen auch gewohnt! Naja klar! Sicher! Licht aus! Hier oben rein! Was haben wir hier? Oh! Ich hab Fenster ein... Achso! Scheiße! Ich hab das Fenster eingeschmissen! Wow! Bill hat sie geschützt! Ai 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 da hinten ist es! Der ist voll gejumpft! Da hinten ist es... Hey! Ich hab den Schuss! Ich hab keinen Vorbein genommen! Lade nach! Ich hin mir ja ned! Ich hab dem die Eier geschossen! Ah man! Du sollst nicht überall in die Genitalien schießen! Du hast die... Scheiße! Du bist tot! Ich hab's ihn tötet! Wahaha! Ja, 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 ja. Ich bin hier hoch. So, jetzt nehmen wir mal Machete. Oh, mal Jungle Style. Über den Waggon. Doch, da. Genau. Hier ist die Leiter hoch. Und jetzt kommst du hier. Da drauf. Siehste, oh mein Gott, ist das awesome. Aber ich glaube, hier waren wir schon. Kann das sein? Okay. herr, hier war... so, jump kill waaah, nein, 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 nein ist super, finde ich super ich wollte eigentlich nur aus der Tür rausgehen ist toll, wie ihr mir helft ich würde ja gern ja, Francis ja, ich bist hinter der Wand ja, aber Francis stand da ich hab's noch hey, das ist... danke wie kann man dir helfen? ah, das tut weh gar nicht, mir ist nicht mehr zu helfen soll ich mal Adrenalin nehmen? hilft nicht viel komm, verarsch ich mich halt entdeck mich die Lunte brennt ja super, ich verarsch mich grad und du wirst da unten halten, ich bin toll toll toll, und lass mir natürlich kein übrig warum auch? keine Ahnung ach so, wir kommen mal lang sag das doch warum hast du nichts gesagt? hä? du hast nichts gesagt, du bist a-sozial kannst auch b-sozial sein nee, ich hab Zombies gefunden ich hab ein, äh, Verbandszeugteil gefunden sie kommen! wie wer kommt? oh, zack ich lade mal nach ich komm hier nicht nach oh, Bill erschießt mich Hedger! ich kann dir Bill Schaden machen ja, kannst du ich kann auch dir Schaden machen wenn ich Lust hab ich hab dir grad voll den Hedger gegeben Chata, 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 Chata boom Bill ist fast tot ich hab kein Heidel wow, 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 wow Magno 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 Chucky Chucky, ja der sitzt auf mir Oh, ich hätte ja was gemacht Ich hab mal so getan, als hätte ich was gemacht Ist noch einer? Der ist tot Wen haben wir noch? Da ist noch einer Guter Schuss Einmal reicht übrigens mit dem Snipergewehr Ja, aber das waren zwei Achso, okay Gute Shot Ist auch schön, wie realistisch die Dinger hier stehen Es wurde halt viel gepasst Und wo? Hey, komm mal zurück Wo denn? Wo denn? Ich sehe keinen Halt, ich treff die nicht Was soll der Dreck? Komm, mach hinten Ja, schieß doch Ich sehe keine voll Wo bist du eigentlich? Hinten noch Ach klar Bill mit Verbandszeug für Arzten Für keinen Bock Das ist meins Ich bin auch voll egoistisch Lade nach Ist ein anderer Spieler Ist ein anderer Spieler Ist ein anderer Spieler Ist ein anderer Spieler Ist dann mach ich das gerne Aber wenn es nur ein computergesteuerter ist Dann brauchst du ihn eigentlich gar nicht Ist schlecht Ich weiß Was machen wir hier? Was machen wir hier? Safe room! Wuhu! Come in, find out! Gibt's da neue Knarren? Bitte Ja, es gibt neue Knarren Geil Geil Ich hab 111 Schnappszahl 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 Tank schlechter Ich hab mal 819 Hä, ich bin noch am Tank draufgegangen Äh, 919 Bam Ich dachte ich wär am Tank draufgegangen Oder war das letzte Runde als wir Okay Ich hab die Witchjäger am meisten Schaden zugeflügt Was, du hast Witchjäger? Was haben wir hier denn? So, wir haben eine Pfanne Äh, Verbandszeug Wrong way steht hier Und hier steht Exit Ich verarzt mich mal kurz, dann... Nö, find ich, find ich gar nicht okay von dir Soll ich schon mal? Ne, lass mal kurz Ich hab ja noch nicht aufgemacht Wo ist das Verbandszeug? Ach, es gibt keins mehr Äh, ne Aber ich hab... Ich hab eins Ne, ne, ich bin so blöd Ich hab mich grad voll... Eins hab ich dabei Ach egal So, ähm So, ähm Willst du die Sniperknarre behalten oder willst du die Uzi nehmen? Ja, ist okay Da lag noch ne Uzi, die von eben Falls du haben willst Hehehe Drei Stück steht ja nicht Wohin? Positiv bleiben, Jungs Ich glaub das könnte klappen Okay Die Jungs sollen positiv bleiben Die Mädels bleiben dann mal nicht positiv Wow, Scheiße Wow, Scheiße Da waren ein paar Zombies Wo denn? Ich hab keine gesehen Hä, was macht ihr denn noch da hinten? Achso, ihr seid in die andere Richtung gelatscht, sag das doch Ja, hab ich doch gesagt, hier geht's auch weiter Ich hör dir doch nicht zu, das weißt du doch Ja, ne? Ach guck mal, da steht doch noch einer Ach guck mal, da steht doch noch einer Schau mal hier Äh, hier ging's nicht weiter, ne? Ja, dann gehen wir jetzt hier rechts Und dann noch mal rechts Toll, jetzt mal irgendwo ein Block gelatscht Ja, selbst schuldig Super, du bist auch gekommen Ja Da hab ich eben alle weg Ja Uh, so Brennen hast du erhalten Ich auch Ne, du Tati! Siehst du, wenn ich... Hm? Was ich? Siehst du, wenn ich Sachen bekomme? Stand im Chat, ja, falls du's wissen willst Na, na, na Ja, ein Schuss reicht Da standen zwei Ja, ja, ein Schuss reicht Du liegst doch eben Ich weiß Ah, Zombie! Kamouflagen-Zombie hier Geht mal gar nicht Toll, oh Guck, wie die da oben stehen So Baywatcher Wow Francis hat Hunter getötet Schade, ich dachte zwar umgekehrt Nein, Schadenfreude haben wir nicht La la la, ich hör irgendwas hinter mir Wo denn? La 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 Ich sehe selber nicht, von daher Ich finde es ganz schön Das ist ganz toll, dass ihr mir hilft Ja, mach mal doch gehört, ich habe einfach kein Leben Ach so, dann komm, komm ran Bis nun da Halt durch Das hier hilft So, ich bin Grabstich mal wieder Das ist immer schön Danke schön Bitteschön, immer wieder gerne Also eigentlich nicht, aber Was war mein Mediacal? Äh, doch irgendwie schon, mit Y Y Ach, scheiße, er hat eingestellt Ach, scheiße, er hat eingestellt Ach, scheiße, er hat eingestellt Ich lande Oh, die habe ich doch eben schon wegge-snipert, oder? Wow, die hat gekotzt, wie eklig ist das? Das ist keine Open World. Nee, das ist keine Open World. Ich hab was gefunden. Oh, ich hab auch was gefunden. Das ist ein Hunter. Bill hat mich beschwitzt. Bill ist doch ganz da hinten. Was macht ihr denn da hinten? Sniper, komm mal her. Was machst du denn da? Komm mal hier runter. Komm mal hier runter. Das ist schon klar, dass hier die Sniper-Position ist. Lol. Oh. Und komm mal hier runter. Toll, jetzt bis wieder mal anfangen. Ach so. Ja, genau, jetzt hab ich einmal aus dem Urlaub. Viel Spaß. Wir gehen dann mal weiter. Was? Du bist. Sag Bescheid, wenn du irgendwie ein Problem hast. Nö, ich hör's aber auch, weil ich hab' ich hör'n, ich seh' nicht. Ach so, ich hab' nicht gegenehm'n. Ach, da, da. Oder sie werden hinter mir. Ich seh' nichts. Ja, gut. Na, hier bist du mal rein. Das ist Peter. Es war Peter. Oh. Äh, ja, wär' ganz geil, wenn ihr mal. Oh, du hast mich geschützt. Pam. So, ich sollte vorsichtiger sein. Ich hab' nichts mehr. Ja, toll, mit Adrenalin erhöhen sie vorübergehend ihre Geschwindigkeit. Ich will aber nix Geschwindigkeit. Komm mal hier, hast du schon. Da kommt was. Ja, danke. Oder auch nicht mehr. Francis, hoch, 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 helfen. Wollen wir ihm nicht runterhelfen? Ich glaub', der hängt nämlich gerade. Ha, ha, ha. Eine Witch. Stört sie nicht. Dann passiert uns nichts. Licht. Hoch mit dir. Äh, ja, mach mal Licht aus, ne? Dann. Wenn du grad Bock drauf hast. Hey, danke. Nee, Licht, mein Lieber. Du solltest das Licht ausmachen. Werds nicht. Komm, ich geb mal Francis da drinnen. Lieben wir ganz ehrlich, das brauch ich auch nicht. Hey, jetzt. Junge, bewegt dein Asch hier ran. Hier kommt er. Soll ich den Hattie geben? Äh, toll, jetzt hat er es mir zurückgegeben. Finde ich ganz nett. Lass mal schrauben. So, hier haben wir noch einen, äh, Molli. Molotoffe. Na, scheiße, jetzt kratzt mir die Nase. Wo gehen wir gleich? Ich hab' schon mal besser gefühlt. Äh, nicht auf die Witch schießen, falls du sie siehst. Ah, hier hast du deine Sturmknarre wieder. Echt, Rob? Hier. Yeah. So, Molli, ganz zufällig. Das ist ja schön. Wow, ganz lustig. Boomer und Jockey auf mir. Ich bin down. Ich seh' nix, ich seh' nix. Ich seh' gar nix. Oh, ich bin von euch. Aber jetzt könnten wir von dir. Nee. Nee, hier läuft noch. So. So. Ähm. Was kommt? Wir können dir Adrenalin-Francis geben. Na, bitte. Hier, nimm das. Ich hab' das für mich. Wait. Was? Ey. Nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Scheiße. Was kann man jetzt machen? Mich wiederbeleben. Das war nämlich die Witch. Das hab' ich gar nicht gemerkt. Du hast die angegriffen. Ohne Scheiße. Ohne, warte, 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 warte. Kann ich ihn fallen lassen eigentlich nochmal? Nee, kann ich nicht. Was kann ich dir, kann ich dir geben? Ich will dir den Defi, sorry. Ich würd gern dir den Defi geben, weil wenn, weil ich gleich draufgehe. Ah, Scheiße. Moment, ich muss mal kurz in die Optionen holen. Hab du mal deinen Spaß kurz, bitte. Tut mir leid. Ich kann das nix machen. Ich seh' nix. Sprengstoff. Schmerzenrück. Schlieben. Oh, mich rum, sind Zombies. Objekt verwenden. Objekt verwenden. Befehle. Boah, was macht ihr denn? Mit Jagdgewehr-Smilper-Suchen. Ich steh' da einfach so rum, wenn ich... Sprengstoff spielen tausende Zombies. Ich glaub. Mich hat es ziemlich übel erwischt. Ich hab noch zwei Leben. Ich hab elf. Ich glaub, das werden wir nicht schaffen, aber komm, wir schaffen es noch so weit, wie es geht. Guck mal, ich kann nicht mehr schneller werden. Nee, ich glaub, ich überlebe das nicht. Kannst du mal zuerst draufgehen, bitte? Ich hab nämlich einen Defi. Also den Defi hab ich dabei, aber... Wie viel Leben krieg ich dafür zurück? Keine Ahnung. Ich bin auch nicht Gott, ey. Ich hätt' bei der Sniper bleiben müssen. Ja, Hetze. Ich seh' jetzt alles in schwarz-weiß, weil wenn ich jetzt noch einmal sterbe, dann bin ich endgültig tot. Ja, aber hier ist ein Medikit-Kastengedöns. Ja, da sind Medikits drin. Oh, ich bin tot. Was? Ich hab' mich grad' über die Medikits gefreut, da bin ich draufgegangen. Find' ich toll. Naja, schau mir die mal zu. Nein. Geh aus dem Weg, links. Oh, ich, weg. Hier geht's dir. Da sind, äh, Medikits-Wänden im Haus. Das wär' zu. Ja. Dich kann man nicht mehr. Danke. Drei Stück. Nee, ich bin, ich bin weg. Ey. Mach die Kinder nicht zu. Schaff' mal. Eins liegt auf dem Boden, da. Scheiße. Das du echt nicht. Scheiße, du wirst mir fehlen. Ich werd' dir fehlen. Wahnsinnig. Danke. Ah, da liegt, liegt da ein Defi drin, dann kannst du mich vielleicht wiederbeleben. Defi? Da, in dem Schrank. In dem Schrank da hinten. Warte. So. Ja. Wir sind Waffen. Wenn du es nimmst, und dann auf mich. Yeah. Ah, geil. Danke. Danke. Danke, du hast was gut. Oh, ich nehm dir einen anderen Defi mit. Hey, ich will die Sniper. Achso, mach ich schon. Nee, das ist mein Sniper. Loy, wo ist eigentlich meine Knarre hin, als ich hier gestorben bin? Ja, ja, die hat mich. Ah, du bist lustig. Loy, ich bin doch eben hier aus dem Fenster gesprungen. Hat sich das wieder selbst zusammengebaut, das Fenster. Wah, hinter mir. Ah, die klärten aufs Dach. Aua. Au. Ich bin auf deiner Seite. Nö, eigentlich nicht. So. Muskete. Machete. Eine Muskete ist was anderes. Eine Muskete ist so ein Gewehr, ne? Ja, genau. Und du rennst schon wieder? Aber du hast ein Defi. Ja, ich hab ein Defi. Eigentlich müsstest du jetzt als nächstes. Hey, was ist das? Ramzi, die Brücken mit dem Apfel. What the fuck? Ah, danke. Er verartigt mich, aber das hilft mir nicht. Ach, sind wir richtig, ne? Äh, ja. Ich weiß noch nicht, was wir jetzt machen sollen. Renn weg. Mach ich mal. Wow, hinter uns. What the fuck? Um, sorry. Oh, scheiße. Ich könnte Bill wiederbeleben, wenn er drauf geht, aber... Scheiße. Oh, ich hab Bill geschützt. Find ich toll. Hey, ich bin so tot. Guck mal, ganz viele Zombies. Guck mal, wie scheiße die aussehen. Was, du bist gleich tot? Ja, hinter mir sind die Zombies. Sag nur. Die sind irgendwie der Main Part of dieses Spiel. Scheiße, Alter. Nee, die Schlacht. Die Schlacht überleben wir locker, aber... Nicht, weil die mir nicht helfen. Oh ja. Wär ganz geil. Oh, ich hab noch... Ich hab noch ein Röhrchen dabei. Hab ich gar nicht mehr gesehen. Oh, ich das hänge her. Von hinten auch noch. Von hinten. Von hinten, sagst du? Genau, wo du hinziehst. Von dir bestimmt es nicht. Äh, so. Oh, du liegst leicht gedummt. Ich übernehme mal hier die hintere Seite. Ganz einfach. Ah. Die sehen schon ziemlich krass aus, ne? So. Ich werf mal ein Röhrchen. Oh, ich hab noch ein Röhrchen. Ich hab noch ein Röhrchen. Ich hab noch ein Röhrchen. Oh, ich hab noch ein Röhrchen. Es geschnetzelt wird hier die Party. Oh ja. Oh, du Scheiße. Ähm, da auf dem... Auf dem einen Waggon liegt ein Adrenalin. Willst du mir das mal grad geben? Äh, ich bin grad sehr beschäftigt. Bist du? Das ist Tatsache. Bin ich auch. Dann hol ich's mir selber. Ich hab noch acht Schuss. Acht Schuss? Achso, das Adrenalin ist schon weg. Achso, wir sollen hier hoch. Komm, 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 komm. Hier hoch. Ja, ich kann dich vielleicht schützen. Also, ich hab hier auch grad lustig viel zu tun. Scheiße, da kam einer. Ich komm. Scheiße, Boomer. Scheiße, ich bin voll. Ich seh nix. Äh, so. Nee, so. Ich seh nix. Achso, das waren nicht nur. Das waren nur noch. Ich hab nichts gesehen. Wir haben's. Oder auch nicht. Ach, weißt du, wie viele da sind? Ja. Relativ viele, muss ich sagen. Hab noch mal viele. Guck mal, 20 Kappen, aber meistens gehen. Scheiße. Ich bin down. Ich hör dir, der Hüttel. Ja, ha, 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 ha. Lustig, lustig, tralalalala. Bald ist Nikodos Abend da. Scheiße. Hier drüben. Boah, scheiße, Alter. Boah, prima. Der hat euch alle drei erwischt. Komm schon. Ich seh noch nix. Wo bist denn du? Ich seh dich gar nicht mehr. Boah. Scheiße, Alter. Was ist hier los? Kommt, hier hinten ist ein Safe-Room. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Scheiße, ich bin auf down. Francis. Scheiße, ich bin tot. Nein, das schafft der Francis nicht. Scheiße. Da war gerade der Safe-Room. Ist noch da. Das heißt, der Leise soll nicht nicht gehen, wenn ich hab. Nochmal. Und jetzt wissen wir, dass wir einfach weiterlaufen müssen. Wenn wir da die ganze Zeit drehen bleiben, wird das nix. Versuchen wir es noch einmal danach. Ich habe ausmachen, da habe ich keine Zeit mehr. Tür auf. Ich habe Zoom. Zoom des Jagd als Neifer-Gewehrs. Ja. Wie kann ich Zoom? Mit der mittleren Mausrat. Gar nicht. Gar nicht. Du wechselst nicht. Das funktioniert. Ne, wenn du drauf wirst. Ach so, das ist ja voll unpraktisch. Ich weiß. Bin ich auch irgendwie. Na, wir kennen den Weg. Ich renne gerade an sämtlichen Zombies vorbei, ne? Tsk. Das ist ein Ratsch. Ne. Eigentlich nicht. Okay. Eigentlich. Juhu. Heute gibt es geschnetzeltes und gemischten Salat dazu. Jetzt kommen sie wieder von hinten. Ich bin dabei. Jumper. Du bist von hinten. Da oben. Hinten da oben. Das ist nicht mehr. Yeah. Sacklos. So, die hätten wir dann mal. Du hast sogar noch Adrenalin. Ich hab sogar noch Adrenalin. Ich hab sogar noch Adrenalin. Ja. Tank, 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 tank. Ist klar. Nein, der steht da im Baum. Der ist down. Alles klar. Welch soll ich verachsen? Keiner. Äh, wer bin ich eigentlich? Achso, ja, genau. X. Luigi, Luigi. Ich hab's für den Lenker. Will ich verachsen? Kaiser? Juhuhuhu. Ich will Klingeln verachsen. 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 Juhu. Juhu. Ich kann's mir nicht verraten. Da ist noch jemand hinter dir. Oh, der war mal. Oh, da kommt noch ganz viele. Francis hat seine Probleme. Soll ich die mitnehmen? Welche? Doch, wir. Jagdgewehr, sagst du? Oder hab ich dieselbe? Ich hab dieselbe. Ja, du hast dieselbe, aber der eine ist volle Munition, der andere ist keine volle Munition. Das kann sein. So bräuchte ich nicht, also. Ich nehme mir das Jagdgewehr. Troste? Tatsache. Das tut mich überhaupt. Ja. Hier liegt wie, ach nein, das Sturmgewehr ist weg. Wie war das die Witch nicht aktivieren? Das kann der Witch. Da ist diesmal irgendwas anderes. Da ist ein Medi. Kein Medi-Pick. Wie schön wär's gewesen. Da ist einer. Das ist Ron Hunter. Wo? Du hast ihn gekillt. Ach so. Komm halt drauf. Hey. Ach so. Scheiße. You have a little big problem. Nö. Warte mal. Boom. 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 Ich würde gerne hoch auf so einen Waggon drauf. Boom. 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 Ich bin raus. Ich will hochhalten. Ich will hochhalten. Oh. Wow. Hihihi. Oh es brennt. Alter. So. Warum hat der Druck nach unten in der Hand gehabt? Äh das sind die Pistolen. Guck mal der Schuppen brennt. Was. Ja okay. Der wird zwar schlechter. Ihr müsst ganz elend. Ihr müsst ganz elend. Sagt er. Okay. So. Ich brauche nochmal so einen Kasten Bier. Äh Kasten Bier wollte ich schon sagen. Warte ich will jetzt mal Bill verarzt. Wo ist Bill? Da. Ah nee. Leiter könnten wir. Warte ich versorg dich. Hier könnten wir hoch. Ich sag warte ich versorg dich. Und im Chat steht warte ich verratste dich. Oh. Ist doch selbe. Sie kommen. Was. Ah toll. Da oben ist feuer. Oh. Finde ich auch super. Er sagt sie kommen. What the fuck. Das tun sie wirklich. Echt ne. Was. Ich bin untergefallen. Scheiße stehen du mal Kotze. Was. 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 Ich sehe nichts. Wo kommen sie da kommen sie. Scheiße. Puh. 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 Eklig. Ich glaub ich hab dich grad eben abgeknallt. Was. Ich wollt eigentlich. Wenn du bist Arangen schlafen hab ich gedacht da hockt jemand drauf. Nee. Ich bin down. Oh. Das war ein Knöchelbuch. I'm more down than you, dann komm mal her. Komm, Schnucki, bleib stehen. Dann lass ich dich sterben. So, ihr Heiler. Ich bin dein Heiler. Danke. Die Brücke können wir sicher platt machen. So, hier drin waren die Medikits. Warte, ist da oben ja noch getroffen? Wo drin waren die? Hier. Achtung, da drin war auch noch was anderes aus den Medikits. Und zwar knapp. Achso. So, da rein. Medikits. Medikits. Ich will gar nicht geil werden. Ist super. Erst will Francis mich verarschen, dann will Bill mich verarschen. Wow. Hier gibt's Lachen. So, äh, was ist hier noch drin? Ach, ja, hier gibt's raus. Wir gehen jetzt einfach, bevor die Massen kommen. Hier, hier liegt noch eine Sturm, äh, eine Sturmknarre. Ja, ich behalte jetzt mal die Sturmknarre. Ich, ich nehme jetzt mal die Sturmknarre. Finde ich gerade besser. Komm, ich habe... Hier auf der rechten Seite, den Heer gedrückt. Warte noch nicht, warte noch nicht. Doch. Hier sind Bollys. Boah, bitte nicht. Okay. Ich höre, äh, was? Mein, meinst du? Eine Rohrbombe, meinst du, oder? Okay, sehr gut. Sehr gut. Oh, das gibt Kills. Boah, was ist das denn? So, ich... Ich hau einen Molli hinterher. Das ist der Molli. Komm. So, ich bin out of Molli. Ah, nee, hier war noch einer. Hä, ich hab mich doch getroffen. Wow. Komm, weiter, 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 weiter. Komm hier hinterher. Ja. Scheiße. Ja, das ist nur... Wir sind da... Wir müssen rechts... Rechts die Brücke hoch, rechts die Brücke hoch. Da weiß ich nicht. Da war ein Safe Room, also komm. Komm schon. Ich rush gerade einfach durch. Ich auch. Ich meine, wenn Francis und Dingens draufgehen... Ich glaube, Sturm wäre doch vielleicht besser gewesen. Ja, sagst du, ne? Ja. Als im Nachhinein. Ich entscheide mich immer für das Falsch. Also, das nächste Mal... Mit Schach denke, dann soll ich denn... Scheiße, ich bin down. Will rettet mich, ok, ich hol den. Francis ist down. Ich helfe ihm hoch. Scheiße, kann ich gar nicht. Was? Scheiße, das sind so viele, ey. Ich komme gerade einfach ins Selbstfühlen. Geht ja nicht. Warum nicht? Scheiße, mein Laun. Bist du drin, dann mach die Tür zu. Ich bin drin. Ich sehe nichts mehr. Ich brauche dir ja mal Hilfe! So, jetzt kannst du uns mal holen, kurz. Wir machen das hier. Hilfe! Wie kann ich die Tür zu? Ah, ne, jetzt geh wieder rein und mach die Tür zu. Jetzt sind wir alle tot. Ja? Warum komme ich denn nicht weg? Nein, verschlagen. Hast du eine Nahkampfwaffe? Ich komme hier nicht weg. Scheiße. Mensch, das deckt hier wieder. Keine Ahnung. Ich weiß, komme ich hier nicht weg. Nein! Nein! Okay, das sind eindeutig zu viele, ja, hast du halt. Scheiße! Gleich. Gleich fertig. Schade, haben wir nicht geschafft. Okay, ich muss jetzt eh ausmachen. Okay, also. Passt. Ich überlege gerade, ob ich noch alleine das schnell zu Ende mache. Kann man da aussteigen? Ja, wenn du einfach gehst. Dann wirst du durch ein MDC ersetzt. Du verziehst dich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Okay. Bis dann. Okay. So. Du nimmst ja noch weiter auf, ne? Ja, ja. Ich überlege gerade, ob ich in drei Minuten schaffe. So, ist es gut klar? Äh, wenn du backst, ja klar. Dann können wir es bald auch nicht klar. Ja, Mama. Hat zumindest aufgenommen. Das ist schon mal gut. Okay. Also, wir sehen uns. Morgen. Tschüss da. Ciao. Ciao. So, äh, da hat sich gerade doch glattdings geschlossen. Als der Raven dann angerufen hat. Und, ja. Wir spielen erstmal weiter alleine. Schade. Ich fühl mich so alleine. So, jetzt müsste doch eigentlich der Tank kommen. Big Ball Tank. Pam. Mh. Voll ins Knie. Ah. So. Macheten-Style hier. Oh mein, auch Urwald-Style. Ich bin, äh, wie heißt der? Ist toll. Ich bin voll gekotzt. Ich werde rumgezogen. Äh, und man prügelt auf mich ein. Also, besser kann der Tag nicht werden. Nanananananana. Ich seh nix. Ich seh nix. Ich schlag einfach mal drauf. Ah, das war wild. Das weiß ich. Äh. Dana. Oh, das war aber eben nicht so heftig. Zack, 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 zack. Oh, ich muss auch gleich mal fertig machen. Fällt mir gerade ein. Weil gleich kommt der Y5O. Darf ich dich verpassen? Oh, Teletubbies kommt. Nein, Teletubbies kommt nicht. Y5O. Manche hassen die Serie, manche lieben sie. Puh, danke. Naja. Soll mir recht sein. Hier gibt's Waffen! Ähm. Zu Cobra 11 muss man sagen. Das ist immer das gleiche. Uh, kein Tötensäck. Nehmen wir das erstmal. Weil die Karten gleich noch ganz so. Wir werden jetzt mal wieder aus. Die wird sonst nur nervig. Äh. Ah, hier gibt's viel außer Mehlsäcken. Die alle einfach Sniperknarren haben, was ich gerade eigentlich verstehe. Ich hab gern hier. Oh, ja. So. Zack, 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 zack. Alles weg machen. Ham. An scope Sniper hier. Meinti, Witch. Diesmal gibt's kein Tank. Sondern eine Witch. WTF? Oh, Kettenring. Kettenreaktion. Wer darf denn die Witch, glaub ich, einfach mal in Ruhe? Munition! Das musst du brauchen. Aber, nö. Die kommt dann gleich nicht mehr, ne? Aber, nö. WTF? 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 Ich überlege jetzt, ob ich da Molly mal hinschmeiße. Achtung! Granate! Sch- Scheiße. Schade. Ich hab gedacht, die erwischt mich nicht. Ach, das ist doch gar nichts. Du bist im Nu wieder fit. Danke! So, haben wir einen Molly für Verbrauch. Mir ist Deckmich. Ja, mach ich doch. Chill mal. Puh, ich atme wieder durch. Oh, lol. Den hab ich ja gar nicht gesehen. So. Oh, zack, zack. Den mal noch. Immer alles hier überlegt. Und schön zurückhaltend ausschalten. Sniper-Style. Da war noch einer. Und ja, ich kann das verprasseln. Alles, was uns noch bleibt, sind noch viel, viel weniger. So, äh, ah. Diesmal, okay. Naja, soll mir recht sein. Oh. Okay, los geht's. So weiter geht's. Und zack. So. Diesmal schalten wir auch noch mal das aus. Lade nach. Lade nach. Wenn es jetzt schon so anfängt, dann können wir ja auch gleich hier. Kämpfen sie sich bis zum Schutzraum vor. Ich stell mich, glaub ich, vor den Schutzraum und, äh, schnitzel da. Ein bisschen. Scheiße. Kommen sie nicht mit der Säurenöberung. Bin ich leider schon. Kommt weiter, Leute. Weiter, weiter, weiter. Schmeiß die Kettensäge an. Einmal umdrehen und weiter. Was, die Kettensäge überhaupt an? Ich seh nichts mehr. Muss ich aber, glaub ich, gar nicht. Mal einfach so. Oh, Mann! Geh! Oh, und geh weiter. Du hast was gut. Komm, 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 komm. Hier rein, hier rein. Yes! Yes, ey. Alter, alter, alter. Cheatlich gelöst. Cheatlich gelöst, muss ich sagen. Ich glaub, das war's jetzt, oder? Ach nee, wir sind sicher fürs Erste. Das heißt, ein Level haben wir noch. Ja, und kurz hab ich noch Zeit. Also, mach, mach, mach. Machen wir mal. Alle rein, hier ist so gut. Heilen. So, nachladen. Ich verarzt sie dich. Halt still, verarzt dich erst mal selber. Puh, danke. So, Munde. Ein Healpack. Das war Francis, ne? Ah, nee, äh, Francis wollte ich heilen. Ich verarzt sie dich. So, wir grafen sie den auch nochmal. Krabbel, krabbel, krabbel. Buh, 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 buh. Klar, kein Problem. Klar, kein Problem. Mach mir doch nie gerne. Äh, ich guck gerade, ob es noch irgendeine Nahkampfhäufe außer der Pfanne gibt. Ne, wahrscheinlich nicht. Dann nehmen wir die Pfanne mit. Aua. Das kann ja lustig werden. Oh, ich pfanne hier erst mal einen. Ich mach hier erst mal Rührei. Das ist deine Augen. Mach dich Rührei. Süße. Jetzt ist der Witzfaktor halt weg, weil der Raid weg ist. Schade. Durchsuchen wir die Scheune und wir finden Stroh. Genauso wie in Francis' Kopf. Und dann gibt's... Achso, Licht. Light. Finde ich auch mal schön, dass da so Tische liegen. Und dann liegt hier ganz präsentabel ein, äh, Stück Pferd. Tote Hunter. Äh, achso. Molli. Molle, Molle, Molle. Oh, hier liegen Kühe auf dem Haufen. Ist das auch schön? Die mag ich auch. Nicht schlecht. So. Ah, Witch-Musik. Ah, da sitzt es auch. Na toll, wer darf die Prüfung das Privileg haben? Pass auf! Warte. Die Witch schlägt gleich zu. Ah, da brauchen wir mal. So, hier wieder hochhelfen? So. Bitte. Bitte. Das sieht nicht gut aus. So. Äh, was stand hier noch? So, Dingens und eine Axt. Ich glaube, ich nehme mal die Axt. Die sieht stylischer aus. Weiße. So, Loch in der Wand. Ach, das war ein Medium-Kit. Das war ja krass. Weiße. Sniper erstmal alle von hier weg. Finde ich gerade irgendwie besser. Ah, nein. Und hepp. Hier sind Mollys! Molli! Also, hier sind Mollys. Mehrzeit sind die falsch. So. Äh, was ist das? Eine Schrotte. Krasse Schrotte. Und zwar hier noch? Pillen oder so, ne? Hat sich keiner gegribbelt. Und dann ist es vielleicht wieder da liegen. So. Der hat ein paar Löcher im Kopf. Nimm's weg! Nö, kein Bock. Na, super. Finde ich auch einen super Ort hier. Gehen wir doch mal hier hin. Oh, der war, äh, super geworfen. Oh, hei. Gib mir den anderen Molli mal. Dass ihn keiner nimmt. Wundert mich. Pam! Oh, ich hasse die Spritzen, ey. Okay, das hilft jetzt totals. Hier kommen wir natürlich hoch. Naja. Können wir ja nichts zu rennen. Kehren wieder in die Normalität. So. Normalo, Mann. Normalo. Zack. Lade nach! Hier gibt's Waffen! Ich lade auch mal nach. Hier jetzt erstmal ausgelogen. Oh, danke. Brauch ich dringendst. Müssen wir runter? Ne, und die können hier unten, äh, wissen wir wo. Das war Jesus. Ich hab Jesus getötet. Mir leid. Weil der da grad so irgendwie so rausgelaufen ist. Ich sag' ich das. So, da drüben ist ne Haussegigkeit. Das heißt, wir können hier unten weiter. So. Ich hab's. Hab das auch. Ich hör irgendwie so nix. So, hier kommen wir gar nicht raus, oder wat? Ja, wie hier. Find ich gar nicht gut. Alter! Schwung. Naja, Boomer platzt sich die Meute an. Äh, find ich ganz toll. Oh, schön, das stellst du mal aus. Würde ich auch gerne. Radadadadam. Ah, nee, war ein Baumstamm. Ich dachte, es wäre ein Zombie. Zombie! Ich bin die größte an Zombie übrigens, ne? Oh. Dat war ein Charger. Der hat grad seine Batterie gechargt. Oh, oh, oh. Kommen wir hier durch? Nein. Hey, wieder ein Flach. Und los. Was sagst du? Nee, auch nicht. Äh. Äh. Wir kommen ja nicht durch. Nein. Achso. Ist klar. Ah. Tote Experimente. Oh, scheiße. Wahrscheinlich wird das Haus gleich ab. Oder so. Entfliehen sie dem Kipp in den Haus. Eine Pfanne? Nee, ich glaube, ich habe einen Hunter gesehen. Glauben ist gut. Wissen ist besser. Sag nur. Ah, toll. Ah, toll. So, ich dachte, es wäre ein Hunter. So, ähm. So, der wäre weg. Kämpfen sich bis zum Schutzraum vor. Uh, medical kit. Medical kit. So, deckt mich mal. Ich mach mal kurz. Guck euch zu, wie ihr Spaß habt. Auf. Oh, ist das? Oh, ist das? Oh. Oh, 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 oh. Kommt, Kinder. Danke. Kommt, meine Kinder, ihr könnt doch mal wohl einen von mir runternehmen. So. Ich weiß, sehr unübersichtlich, aber die Nachkampfwaffen mag ich. Und Sniperwaffen. So, ich schmeiße nochmal Molly. Kommt halt rein. Ganz einfach. So ist ganz einfach. So, äh, achso, ich bin ganz ruhig gerade. Äh, tut mir leid. Ich dachte, da kommt gerade was. Echo is the last of us of the safe zone. Echo. Was ist das denn eigentlich? Sag an. Ne, mag ich lieber. Äh, ne. Mag ich lieber. Mag ich. Like. Facebook. So. Dann wollen wir mal. So, ich mache jetzt mal auch so ein. Runner. Na, weil so viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Für diese Aufnahme. Und einmal haben wir schon, äh, Left 4 Dead gespielt. Das war eine ziemliche Fail-Rolle. Weil keine von uns beiden Left 4 Dead. Wir haben es übrigens am gleichen Tag gekauft. Wie komm? Ich glaube, das habe ich an dem Tag schon mal gesagt. Das war schon mal, als wir das schon mal gespielt haben. Das fand ich, äh, lustig irgendwie. Und ich habe es drei Stunden vor ihm gekauft. Oh, ja. Für uns beide. Ähm. Nein, 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 nein. Finde ich voll toll, dass der, äh, ich bin Louis. Ich bin Louis, ne? Ja, genau. Hat eine Krawatte an. Keep arms above your head, those hands. Or you will be shot. Fine. Nein! I hate diese Felder. Naja, müssen wir wohl durch. Maisfelder. Ich weiß gar nicht, so schlimm kann man da sich eigentlich gar nicht drin verlaufen. Ah, egal. Ich muss gerade mal einen Screenshot machen, weil ich fand das ganz cool hier gerade. Okay, das ist so ein Dreck, äh, da. Dreck da, Dreck da, Dreck da. So, Bauernhof, äh, Spaß hier. Haben wir gerade. Hey, ich will da, oh. So, die anderen versuchen auch hier hochzukommen. Wenn ich schon oben bin. Ah. So, da drüben haben wir noch irgendwelche Moni gekommen. Brand Munition. So. Oh, yeah. Brand Ammunition. Schauen wir noch, was hier drin ist. Was? Amerikanische Schutzzone? Ja genau, Funkruf würde ich gerne annehmen. Mann, das waren meine Pillen, du Nudel. Schade, jetzt hätte ich gern Eier. Die meinte ich. So. Bitte antworten. Hallo? Hi. Deck mich. Laut und deutlich. Finde ich toll. Wir sind so weit, wann immer es losgeht. Wir hören euch. Halten euch mal ein, wir kommen. Ich mach mal Tür zu. Wir gehen besser mal nach oben. Hier sieht gut aus. Hier sind die Fenster zu. Ich glaub auch nicht einschlagbar, deswegen... stelle ich euch mal in der Ecke und wir warten. Du hast noch ein Röhrchen. Mal nachladen. What the? Was? Hat doch einer glatten Loch in die Hand geschlagen. Scheiße, haben die ein Loch in die Hand geschlagen. So. Boah. Tut mir leid, tut mir leid. Ich stelle mich einfach mal hier hin und lasse euch den ganzen Mist machen. Weil mein Aim ist nicht das göttlichste. Äh, göttlicher Aim, ey. Genau, die schöne Stehlampe. Scheiße. Das ist natürlich ganz toll, wenn dein Zimmer so... Stell dir vor, du schläfst und du sollst. Lecker, lecker, lecker. Ich muss mich verärzten. Muss ich sagen, ist jetzt aber nicht so wirklich die Todeswelle. Achtung! Ich dachte gerade taue ich. Oh, hier draußen ist doch bestimmt Ruhe. Ja, okay. Das war Joachim. Ist jetzt nicht so langsam mal Hilfe am Ankommen? Oder sind die immer noch am... Fallen. Was kommt für Hilfe? Und wo? Schnellig kann mir Quietschen endlich in die Gelbe. Auf den Fluss gefahren. Da gab es ja letztens in London so eine Aktion. Unser komischen Künstler. Leute, was ist los? Finde ich super. So, wir machen noch ein bisschen Schaden am Tank. So. Okay. Oh, den habe ich getroffen. Sachlos. Das hätte ich jetzt gerade nicht... Aber... Ne, so kriegen wir den. Ein Jockey sitzt auf Will. Wir sind hier ganz schlecht. Wir sind hier ganz schlecht. Komm, wir gehen mal wieder rein. Zu Kappe im Kuchen. Wir sind wieder da, Oma. Hier oben war irgendwie besser. Obwohl es enge Räume sind. Klar. Ich nicht. So. Kommen wir da auch? Oh, oh, oh. Okay. So langsam könnte die Hilfe mal. Wir bräuchten noch eine andere... Au, Position, Mädel, hör auf mit dem Scheiß. Komm, wir gehen ihn mal runter. Jetzt gibt es nun da noch so Machete. Äh, Hamm. Oh, da ist noch ein Medikind. Ich glaube, hier ist besser. Ach, scheiße. Schmocker. Danke, Franziskus. Harte Franziskus. Oh, da war ein Molly. Aber wir haben noch einen. Glücklicherweise haben wir noch einen. Ist das noch ein Tank oder was? Lade nach! Wo, 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 wo? Lade nach! Ich lade nach! Scheiße. Scheiße, ich bin schon wieder da und was ist hier los? Guter Schuss! Komm schon, Tiger. Weiter im Takt. Tiger? Keiner bleibt zurück. Alles wird gut. Danke, ich heil mich mal. Nee, das lasse ich besser. Oh, nice. Das ist eine geile Kiste. Aber da muss ich doch glatt ein Foto machen. Ganz gechillt brauchen wir noch ein Foto. Yes! Amphibienfahrzeug. Guter Fahrer. Zum Teil, da rumzukommen, ist nicht gerade einfach. Wow. Nice. Good job, lieber Fahrer. Wir haben es geschafft. Die Überlebenden konnten fliehen. Juhu! Überlebende. Zoe als sie selber. Na, eigentlich als Niro. Also als Raven. Wir haben gespielt. Blood Harvest. Der Louis bin ich. Der Bill und der Francis waren sie selber. Wir haben 1,14 Minuten dafür gebraucht. Es geht. Zwei Neustarts. Schwierigkeit ist gerade normal. Todesfälle war klar. Ja. Okay, außer Gefecht war ich elfmal. Ja, ich renne auch immer gerne rein, um der Tank zu sein. Benutzte Defis? What? Raven hat doch mich in meinem Defi wiederbelebt. Komisch. Okay, die Mollis habe ich rausgeworfen. Das war klar. Nachkampfkills mache ich gerne. Getötete Boomer, Smoker, Charger. Wow, Raven. Zehn Charger. Oi, ei, ei. Good Job hier. Ausgewöhnlich Identifizierte. Hat am wenigsten Schaden erlitten. Ist klar, ne? 2800. Ich bin Abstand der Beste. Von hinten leider. Kopfschüsse. 5%. 2684 Zombies wurden bei dieser Filmproduktion verletzt. Ups. War nicht meine Absicht. Und damit bis zum nächsten Mal. 2. 9. 9.